hallo und herzlich willkommen zurück hier zu die sims 3 und unseren sieges ja griemasse schneiden fand paul irgendwie noch nie so lustig aber das vergesse ich des öfteren auch mal wieder wir wollen doch gar nicht zur arbeit das ging gerade irgendwie viel schneller als ich dachte hallo wir werden entführt was wollten wir rettet uns rettet uns wie gut ist das der wetter wir wurden einfach entführt eiskalt ja paul du hast alles für uns gegeben ich weiß das wirklich können noch mal zu harter arbeit gratulieren da findet das dann irgendwann blöd wir können auch mal das bedürfnis nach sport ausdrücken vielleicht bewegen wir uns tatsächlich hier noch mal so und wir wollen gerne zum zum abschlussball zur schule gehen funktioniert auf die art und weise nicht dann sollten wir versuchen das ganze noch mal so zu regeln ich weiß gerade gar nicht da da ist die schule boiler reparieren wollten wir auch die ganze zeit hoppla abschlussball gehen erst so erst am 18 uhr kann wir das machen dann dann ist ja gut ich hatte jetzt nur angst dass das nicht funktioniert wo spaziert denn floh gerade hin floh rennt gerade herum alles klar floh weißt du was dann kannst du auch gleich mal zum strand gehen scheitert hier irgendwie keinen zu stören so wir gehen hier mal nach unten und schauen mal was david hier noch zu bequatschen hat wir können ja noch mal nach dem tag fragen so level 2 gelernt nicht schlecht wir wollen uns unbedingt anfreunden aber wir haben kein elixier kein gar nichts um das zu beschleunigen das ist natürlich manchmal ein bisschen blöd wir versuchen es noch mal mit zu harter arbeit zu gratulieren das sollte dann hoffentlich funktionieren gott zeit dank so wir wollen jemanden einladen und sich auch keine schlechte idee aber hauptsächlich wollen wir zum abschlussball gehen können wir das jetzt so machen nein können wir nicht dann versuchen wir es jetzt noch mal indem wir hier draufklicken mittwoch mittwoch können wir doch gar nicht zum abschlussball gehen ich habe mich schon so auf den abschlussball gefreut so ein quark so wir können ja noch eine runde bewundern das klappt an der stelle auch wir stehen ja vorm haus der melis alles gar kein problem einschlagen können wir an der stelle auch mal zuneigung ausdrücken ist auch total toll umarmen hauen wir rein und dann gratulieren auch mal zur harten arbeit weil das haben wir heute noch nicht oft genug getan ja anderen wunsch haben wir hier noch nicht so aber wir können jetzt auf jeden fall mal nach hause gehen sowie weit ist pressen denn hier pressen hatte als letztens den auftrag hier bis zur 15 zu entwerfen dann machen wir jetzt hier mal die 30 und die 67 ähm spezi ja mit spezi ist es immer wieder eine überraschung warum ist das hier eigentlich schon wieder so mega laut jedes mal aufs neue faszinierend ja mutti ist erstmal hier mit nach hause gekommen ich habe keine ahnung was mutti hier überhaupt macht aber wir beschweren uns nicht und freuen uns einfach nur dass sie da ist erzählen jetzt erstmal fetten insider umarmen können wir sie natürlich auch weil wir uns ja gerade freuen dass sie da ist das ist generell voll toll unsere caroline einmal knuddeln und wir haben schon level 3 erreicht wir sind ja richtige naturtalente äh was können wir denn noch machen ja wir können eigentlich auch um hilfe bitten dann wo war paul denn jetzt hier basieren die kuriosesten sachen gerade so flo möchte gerne was zerstören flo du kannst da gerne mal eine runde kauen gehen ähm ja gut wir sind beim strand angekommen gewesen sehr schön äh wir können hier rein theoretischen nickelchen machen gehen äh wir haben auch irgendwie gar keinen hundekorb hier drin das ist irgendwie auch ein bisschen ärgerlich ähm gut ich gehe mal wieder zu preston preston hat als letztes die 67 dann machen wir jetzt mal die 86 und nochmal die 86 dann haben wir alle von der ersten seite durch müssen wir nur so lange durchhalten oh wir üben jetzt fahren also müssen wir uns doch glatt mal angucken joa scheint soweit so gut zu funktionieren brumm 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 ja wir scheinen es auch relativ schnell zu lernen einmal straße runter einmal straße rauf oh ein hügel david ein hügel werden wir das mit dem hügel schaffen so oh wir drehen auf der stelle oh was macht paul denn hier schon wieder was stimmt mit ihm nicht oh man ach ja ah da sitzt äh ist es fieber nein das ist arrow ach ja unsere ganzen katzen joa irgendwann werden wir es hier noch schaffen es ist ein aufregendes wenn auch peinliches ritual für jeden teenager das fahren zu erlernen du hast du eben den ersten schritt in die unabhängigkeit getan es erfordert zeitläuterste geduld die sich aber schließlich auszahlt wenn david seine fahrerlaubnis in den hinten hält ja das ist cool aber david hat jetzt geburtstag david hat geburtstag david hat geburtstag david hat geburtstag david hat geburtstag im regen im regen wuhu jay david ist endlich ein junger erwachsener mit all den vorteilen verantwortlichkeiten des erwachsenenseins seine zukunft erwartet ihn mit offenen armen was er wohl alles erreichen wird aufgrund seiner eher dürftigen anstrengungen in der schule darfst du dir kein merkmal für david aussuchen david hat folgendes merkmal entwickelt fan des übernatürlichen ja gut damit bin ich jetzt nicht so ganz einverstanden aber gut was willst du machen ne ach du flauschiges lama ja die stören uns ähm ähm dingens lebenswunsch für david äh wählen jeder sim eines bestimmten alters hat einen lebenswunsch äh eine sache die er in seinem leben unbedingt erreichen möchte wähle jetzt einen lebenswunsch für deinen sim rettungsschwimmer mhm ist natürlich interessant äh internationaler spitzenspion level 9 der profisportlerkarriere erreichen level 10 der politikkarriere erreichen logikfähigkeit perfektionieren athletik perfektionieren wir schauen uns jetzt einfach mal alle an die es irgendwie sein könnten alchemie künstler schließe ich aus alles könner ja mhm äh werwolf ist ja nicht angesagte gebäudedesigner regisseur mhm regisseur wäre interessant da könnte ich mir david auf jeden fall vorstellen astronaut werden ist natürlich auch interessant mhm auf der straße anerkannt fände ich für david irgendwie auch cool auch wenn er jetzt noch nicht so arg in der richtung unterwegs war fände ich es halt cool wenn er wie preston so ein bisschen gegen den strom so ähm stehlen wäre jetzt nicht unbedingt das blockkünstler fände ich für ihn natürlich auch total cool äh das archenoberhaupt da wollten wir ja von allem je zwei ähm das beste aus meiner zeit gemacht alle zukunftsszenarien okay der bastler hm der bastler wäre für david vielleicht ja auch was ne ich glaube wir nehmen den bastler ohne dass ich weiter gucke weil das scheint mir für ihn glaube ich mit am besten zu sein wenn nicht können wir das ja auch immer noch ändern aber wir nehmen jetzt erstmal den bastler so und dann müssen wir irgendwie noch hier das merkmal ändern ja am geburtstag war einfach mal unsere mutter im haus auch gut so wir äh gehen mal hier wieder den straßenblock weiter unser david ist erwachsen geworden schau mal einer guck wir gehen jetzt auf jeden fall hier mal nach hause so flo möchte auch was fressen ähm vesco schläft bereits und irina ist mit clara beschäftigt ach wir beschnüffeln clara einmal ne runde so clara ist ein bisschen gewartet clara muss sich aber dringend wieder aufladen und jimmy könnte das im prinzip auch tun so wir stellen hier weiter nano maschinen her wie verrückt eigentlich ähm dann machen wir das hier an der stelle mal auch noch fertig so die 93 müssen wir dann als nächstes machen so und dann haben wir nur noch das drehmoment was wir machen müssen so david ist irgendwie immer noch nicht nach hause gekommen ich habe das gefühl er läuft also er geht ähm wir müssen hier auf jeden fall das futter nachfüllen das können wir jetzt eigentlich mal gleich tun dann passt das hier alles so hier müssen wir auch das futter nachfüllen hier auch einmal alle tiere füttern so und hier müssen wir auch noch sauber machen und hier hat glaube ich preston gemalt oder ne clara hat hier gemalt clara du musst doch dann dein bild zu ende machen so wir schlafen hier erstmal ist ja auch nicht so das problem ja würde sagen läuft soweit aber hier würde ich auf jeden fall nochmal einen happen schnappen mit unserer kleinen arena und dann können wir uns hier auch nochmal zum schlafen hinlegen so das passt auf jeden fall ähm wir haben hier wieder was gebaut sehr sehr schön dann müssen wir noch die letzten zwei bauen so dann haben wir von allem was im inventar oh und wir müssen dringend pinkeln ich glaube das geht nicht mehr allzu lange gut oh und das spiel ist gerade kurz am stocken gewesen ja wir müssen uns dringend um unsere freundschaften kümmern das stimmt natürlich auch so wo waren wir stehen geblieben wir waren bei induktion wir müssen induktion dann weitermachen alles klar dann muss ich halt alles nochmal von vorne einstellen hilft ja nichts wir müssen auf toilette das habe ich jetzt irgendwie überhaupt gar nicht mehr beachtet äh ja unsere freundschaften sind hier auch wichtig wir müssen uns auch dringend mal wieder um Helen kümmern das benachlässige ich auch immer total ähm Jimmy ist soweit fertig kann Jimmy irgendwas sauber machen oder so mh ist auch eigentlich gerade nicht wirklich was zu tun und den richtigen Fähigkeiten Chip haben wir noch nicht fertig gestellt ja Jimmy ich kann dir gerade leider überhaupt gar nichts zum tun geben äh wir müssen hier auf jeden Fall mal was futtern so Preston schafft es jetzt endlich mal auf Toilette so und Spezi hm Spezi können wir nochmal eine Grimasse schneiden denn regelt sich das hier auch nochmal mit unseren sozialen Kontakten und wir sind wieder voller Nanomaschinen äh wir bauen hier nochmal einmal Induktion und dann den Rest wups 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 so die müssen wir noch alle bauen dann haben wir alles fertig ich hoffe das schaffen wir noch bevor wir so großen Hunger haben dass es nicht mehr funktioniert ähm so Clara weiß auch schon Bescheid und Jimmy müssen dann dringend den Merkmalschip anpassen damit wir hier auch alles machen können wir müssen rein theoretisch mal bei Clara reingucken was Clara so drin hat äh damit wir mal wissen was wir da eigentlich brauchen so machen wir mal so rum ja Flo und Wesco fühlen sich hier wohl Wesco ist aber gleich ausgeschlafen äh Dan Wesco kannst du hier eigentlich mal eine Runde kauen so David geht es soweit gut David können wir hier rein theoretisch mit den Fähigkeitenpunkten weiter beehren äh machen wir mal richtiges Tempo dann schaffen wir auf jeden Fall den nächsten Fähigkeitenpunkt und ich mach mal die Zeit hier generell ein bisschen schneller haaa so ähm Empfindungsvermögen wir brauchen also Empfindungsvermögen so unbegrenztes Lernen haben wir auch ja Clara ist schon gut ausgestattet mit den Merkmalschips die wir da so bekommen haben das sollten wir dann auf jeden Fall noch schaffen umzusetzen so wir haben jetzt Tunnel gebaut und wir müssen wie gesagt dringend was essen hm mal gucken ob wir das hier noch alles schaffen Level 5 erreicht Mensch ich bin total stolz David äh wir wollen unbedingt ins Ausland reisen alles klar wir gönnen uns ja hier sonst nichts und das können wir natürlich auch tun so dann ich mach das hier mal kurz wieder weg dann machen wir uns hier mal wieder fit so einmal duschen hier wurde wieder einiges gelöscht 52 Fahrzeuge und eine Stereoanlage wurden ausgeschaltet ach ja 3 Uhr 2 eine sehr sehr krasse Zeit was mich grad eher beunruhigt ist dass der Ton komplett ausgegangen ist normalerweise ist es Stocken ja normal um die Uhrzeit aber wenn der Ton ausgeht das ist dann schon ein bisschen merkwürdig weil es ist jetzt gerade komplette Stille das äh macht mir dann doch schon ein bisschen Angst wenn das Spiel sich jetzt aufgehangen hat wäre das echt blöd aber die Befürchtung habe ich ja des öfteren deswegen bin ich momentan noch tiefenentspannt ich werde erst nicht mehr tiefenentspannt äh genau wenn es nicht weiter geht boah Gott sei Dank ach Mio so haben wir überlebt sehr schön da habe ich immer große Sorge so noch schaffen wir das mit den Nanomaschinen hm so Jimmy können wir das hier gleich mal sauber machen schicken obwohl erst schicken wir Jimmy das hier mal reinigen dann hat Jimmy auch mal was zu tun oh ja das war grad nicht so cool so einmal duschen gehen das ist ein Roboter David du musst dich da jetzt echt nicht so anstellen hä wie schnell ging das denn jetzt ok ziemlich schnell äh wir wollen noch die Bildhauerei Fähigkeit weiter ausbauen dann machen wir das an der Stelle auf jeden Fall hm und wir wollen ja da was hochwertiges anfertigen ich hoffe dass wir das schaffen ach Preston du schaffst das schon so wir säubern hier mal weiter und dann räumen wir das hier mal weg ach ja Preston ist so fleißig unser Geld geht immer weiter runter weil wir hier wirklich noch alles versuchen anzufertigen so wir haben echt Hunger aber wir ziehen weiter durch so Clara hat das Bild fertig gestellt dann kann Clara das auch verkaufen wir föhnen hier mal das Futter nach so haben wir hier noch irgendwie Futter nachzuföhnen ja können wir gleich bei allen nachföhnen wenn wir hier schon mal dabei sind und dann können wir Clara schwebt hier wieder durch die Gegend dann können wir uns mal eine Runde selbst tunen na Preston läufts noch bei dir noch sieht ja hier alles so aus als würde es funktionieren so passt sehr schön gut Clara tun sich gerade selbst Jimmy hat hier alles weggeräumt das ist sehr toll oh tschuldigung ich musste grad so dringend niesen wir können dann hier auch gleich mal die Wäsche waschen das war grad spontan gut wir schlafen hier noch Flo möchte aufhören das Loch zu graben Flo das ist nicht cool das Loch da in den Garten zu graben nicht cool ich finde hier ist doch immer extrem dunkel irgendwie ich meine Clara gerade ist es dunkel gewesen aber ich finde auch hier hinten ist es halt ziemlich dunkel so wir versuchen auch mal aus dem Laps zu fressen Flo was machst du denn da? du musst mal aus der anderen Perspektive gucken so siehste jetzt kommst du da auch ran oh Wäsche ist fertig und Wäsche ist kaputt ja Jimmy bringen wir die Kleidung in den Trockner und äh Clara repariert das dann mal so Flo ist fast fertig mit Fressen Wesco müsste mit dem Ball spielen das können wir natürlich tun dann sollten wir uns auch gleich da den Wunsch erfüllen wir spielen da aber auch ganz schön fleißig so Flo hat das auch geschafft und Fähigkeit jagen lernen wollte ich auch schon die ganze Zeit machen Clara macht da gerade ganz gut sauber Jimmy komm mal hier in die Richtung und dann kannst du dich mal selbst tunen dann ist die Wartung hier auch wieder ein bisschen besser äh und Clara kann mal die Pfütze dann aufwischen ach ja wir müssen uns irgendwie mal hier von unserem imaginären Freund äh verabschieden ich weiß noch nicht mehr ganz wie wir Spätzi hier wieder klein kriegen äh vielleicht mit Verscheuchen vielleicht klappt Verscheuchen auch besser okay lass mich in Ruhe war jetzt vielleicht nicht so nett wir scheinen uns da gerade nicht sehr beliebt gemacht zu haben oh das tut mir voll leid Spätzi okay das Frühlingsfest ist in der Stadt okay Spätzi ist wieder klein äh Spätzi du kommst dann wieder ins Inventar nichts gegen dich aber wenn du immer die ganze Zeit neben uns rum bümpelst ist das halt ein bisschen komisch ach ja David ist mittlerweile auch müde David kann auch schon wieder schlafen Mensch der Tag fängt gerade an und die beiden gehen schlafen das sind hier unsere Künstler sage ich euch äh wir können hier mal eine Runde einschlagen dann sind wir auch noch beide richtig cool drauf so rumscherzen äh ich hab irgendwo gesehen genau von überlegenen Roboterfähigkeiten schwärmen das können wir natürlich auch mal machen äh Rechnung bezahlen ist auch eine gute Idee Jimmy das machst du ich vertraue dir da voll ähm dann können wir hier auf jeden Fall auch mal den Napf füllen Futter nachfüllen hier hinten müsste der Napf auch mal gefüllt werden Clara ist voll am Start und Clara möchte mal äh Jimmy scannen das können wir natürlich auch mal machen äh und machen wir dann ist das auch ganz cool so Jimmy ist bereit war eine coole Idee auf jeden Fall noch ein Plumbot uns anzuschaffen dadurch ist hier keiner mehr alleine so wir haben unseren Klotz leider nicht fertig gekriegt aber hey was soll's irgendwie muss es ja gehen äh wir wollen auch noch das tropische Aquarium sauber machen was für ein Aquarium wo haben wir denn hier ein Aquarium ach ja hier das hab ich voll vergessen sorry ähm das müssen wir mal äh hübsch machen irgendwie voll mein Fehler ich hab kurz vergessen dass wir unten das Aquarium haben das äh ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen so äh wir füttern auf jeden Fall mal da scheint noch was drin zu sein und zu leben und dann machen wir hier auf jeden Fall auch mal sauber so Clara ist jetzt in der Akkuleistung schon wieder ein bisschen gesunken dann können wir Clara hier mal wieder aufladen lassen äh ja und mit den Fischen klappt es ja soweit ganz gut mh können wir hier irgendwas ja wir könnten rumtüfteln wir tüfteln mal ein bisschen rum dann haben wir was zu tun mit Jimmy äh David steht schon wieder auf achso wir machen irgendwas mit den hä jetzt ist schon wieder die Abschlusszereo Mini die gar nicht ist ich bin hier ab und zu mal stark verwirrt ok und wir gehen da irgendwie alle hin seh ich das richtig ok ich glaub ich seh das richtig und wir stark sind immer noch so komisch und was haben wir für ne Frisur das sieht alles höchst merkwürdig aus hey aber wir können mittlerweile selbst fahren aha die Plumbots kommen auch mit wie gut ist das denn bitte ja wir warten nur noch auf Pressen und dann fährt die Familie hier los ja wie geil ist das denn bitte voll gut oh wow das ging jetzt schnell hey wartet auf mich das geht mir hier alles zu schnell mit euch so wo fahren wir überhaupt hin boah alter ich dachte wir fahren grad sonst wogegen ok da war auch irgendwer und irgendwas ok wir sind am Start wir sind am Start wir feiern hart wup wup so wir sind jetzt tatsächlich da alter was schleichen wir denn da immer so komisch was ist das für ne komische Eigenschaft das 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 ist väterlicherseits es kommt alles von Paul so die anderen Absolventen sind auch da herzlichen Glückwunsch David hat die schulische Laufbahn in der Einrichtung öffentliche Guddas Schule mit Kamm Lauda abgeschlossen seine Mitschüler haben ihn gewählt zu prädestiniert berühmter Sportler zu werden diesem jungen Schulabgänger steht eine rosige Zukunft bevor ja cool ich würde sagen wir könnten ihm tatsächlich die Sportler Karriere geben wir müssen ja nicht mehr hier Spezialist im Mausoleum sein können wir das jetzt mittlerweile verkaufen sehr gut das Auto haben wir hier auch fett drin wir haben keinen PC das ist ungünstig warum sind wir jetzt eigentlich nicht bei dieser blöden Veranstaltung äh äh hh öh öh ja gut wir haben es einfach nur erledigt die Feier verpassen wir läuft bei uns aber zur Feier des Tages können wir alle mal essen gehen was haltet ihr denn davon ich meine ja gut die Plumbots die essen eh nichts aber mit Preston könnten wir mal essen gehen wo wo da so hier hier essen mit anderen mit Preston wir gehen los so und äh Jim und Clara können mal wieder nach Hause gehen das war ja jetzt ein sehr spontaner Ausflug ja gut aber wie es mir weiter geht sehen wir dann in der nächsten Folge ich hoffe ihr hattet viel Spaß beim Zusehen was für eine Umweltverschmutzer fahren hier alle mit drei verschiedenen Autos und ja dort macht's gut macht's besser und bis zum nächsten Mal Ciao und bis zum nächsten Mal